Ich habe diesen wiederkehrenden Traum. Ich spüre die warme Sonne auf der Haut. Und die Geborgenheit einer Umarmung. Und ich will, dass es so bleibt. Für immer. Aber das ist unmöglich. Ich bin extrem empfindlich gegenüber Sonnenlicht. Arzttermine wurden zur Gewohnheit. Daher verbringe ich meine Tage zu Hause. Hinter Spezialfenstern. Schlafe tagsüber, bin nachts auf. Und mache bei jeder Gelegenheit Musik. Hey. Was hätte ich denn sagen sollen? Hallo, ich bin Katie Price. Schon ewig in dich verliebt. Beobachte dich seit 10 Jahren von meinem Fenster aus. Und ströcke dich jede freie Minute. Machst du wie Taylor Swift? Wenn sie peinliche Erlebnisse mit Jungs hat, schreibt sie tolle Songs darüber. Was würde Katie Price heute Abend gern machen? Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Wo gehen wir eigentlich? Zu deinem ersten Live-Konzert. Das gehört zu den besten Dingen, die ich jemals erlebt habe. Ja, oder? Kommst du? Ich habe keinen Moment Ruhe, wenn er es nicht weiß. Ich werde es ihm schon noch sagen. Ich möchte jemanden zu haben. ist das beste Leben. Ich habe mein ganzes Leben lang darauf gewartet, sowas zu fühlen. Ich habe mein ganzes Leben lang darauf gewartet,